Moment, wir bauen eine Brücke. Das ist auch eine Option. Moment, ich warte kurz, bis der Blitz durch ist. Ah, das ist auch eine Variante. Du wärst, wenn du mich einfach eine Brücke bauen lässt, wie ich es vorhat. Ey. Aber ab da brauchen wir dann Felix sein Ding. Felix kann es nicht schießen, ne? Nicht mehr, du musst hier stehen oder wie. Du schießt eine Ohne, kommt der siebte. Da, 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 das leidet alles. Ja, das war zu weit. Er schreckt mich doch. Ja, Felix. Ja, alles, alles okay, ich muss hier bloß. Lumi. Ja? In meinem Chat werden Stellungen von uns drei beschrieben. So, ich hab hier drüber. Wie seid ihr denn jetzt da hingekommen? Wenn ihr es hier rüber schafft, dann könnt ihr... Ich kann das ja erklären, also Chris hat... Wir können jetzt ins Wasser gehen, weil das Ding blockiert nämlich. Wir können jetzt ins Wasser gehen, ist richtig, aber wir können trotzdem nicht da hochspringen ordentlich, oder? Ja, ich bin aus dem Wasser da hochgesprungen. Okay, dann bin ich aufregt. Ja, ich auch. Also, Moment mal, wir sind klar noch. Chris hat geschrieben, Hardcore-Sakzionische Lumidas on the line. Ha, ha, ha. Und dann kam bloß von Xan, beschreibt er gerade eine Stellung. Ja, Leute. So kurz war der Weg von Essen zu da eben. Zu Sex. Oh, Lumi, schieb. Schieb, 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 schieb. Könntest mir auch helfen, indem wir uns irgendwo hinziehen. Das ist geil, die Lumi steht außerhalb vom Wagen. Nett. Ich kann nicht, ich kann nicht doch nirgendwo hinziehen. Ich kann mich auch machen. Und was ist denn, haben wir gerade eben da oben dagegen geschmissen? Ja, weil das geht, das geht nur in eine Richtung auf. Und jetzt geht der Impulse haltensatz nicht mehr, weil Felix die Sachen lang, ach man, man kann hier oben dagegen schmissen. Ja, oben dagegen, was ist das? Natürlich eine Option. Ja, aber das muss man zeitlich irgendwie da hin. Ich finde gut, dass die Lumi in der Luft steht. Ja. Ich stehe nicht in der Luft bei mir. Bei uns schon. Bei uns stehst du außerhalb von dem Ding in der Luft. Außerhalb der Lore. Okay, das ist witzig. Es geht doch nichts über gute Glitches und Bugs. Essen ist die wichtigste Mahlzeit am Tag, in der Tat. Das Einzige, was mich beruhigt ist, dass die Stellung, die beschrieben wurde, war Ben unten, Lumi in der Mitte und Felix oben auf. Das ist zumindest noch eine halbwegs vertretbare. Wenn ich oben sein will? Und wir beide unten, weiß ich nicht. Ja, doch mal was Neues. Das kannst du, glaube ich, nicht blocken. Seid mal nicht so... Das kann, glaube ich, nur Lumi blocken, Blitze. Seid mal nicht so unflexibel. Ich kann es aber nicht zu... Doch, ich kann es sogar von unten ran schieben. Warte mal, das ist aber hier festgebunden. Das Ganze ist festgebunden. Ich kann es mal runterschieben, wenn du auf dem Ding schnell... Ich kann es mal runterschieben und ihr springt einfach... Du kannst einfach mal hier sicher draufstellen und Stunt blocken. Wie wäre es, wenn du mitkommst? Ich wollte eigentlich, dass es so ganz runter ist, dass ihr oben drauf springen könnt, aber das geht doch irgendwie nicht. Jetzt werden wir gleich wieder gegrillt. Lumi wacht über euch. Nicht, wenn Lumi da aufpasst. Lumi hält ihr schützende Schild über euch. Feuer! Sie leite und behüte euch. Und führe euch aufrecht... Ah, so kann ich es hochschieben. Ach, der hochschieben ging ja eh. Da war was. Ach, Lumi. Schön ist, dass du nicht so... Ja, das ist sehr schön. Komm jetzt erst mal rüber und der Benni muss erst mal von dort unten wegkommen. Ja, ich komme nur hier unten weg, wenn das Ding wieder rankommt. Ja, zum Suizid reingeschoben hat selber nach der Zeit. Ach, die hängen jetzt zusammen. Ne, ne, ne. Okay, tschüss. Ich bin oben quasi. Kappa. Felix, das Ding da ist vollkommen bescheuer. Wie willst du denn damit was machen? Ich wollte es einfach bis vorhin schießen, damit es ein Benni gestört. Ich hab's. Ja, 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 ja. Können wir nicht rutschen, weil dir irgendwie alles leitet? Hilfe, 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 Hilfe. Ja, die Dinger leiten übrigens. Ja, du mich erst noch direkt ran, damit wir gleich schön gebraten werden. Ach so, wegen der Leiffähigkeit, dann hab ich nicht gedacht. Das war so nicht geplant, meine Güte. Ich schildere nicht so an wie die Kinder in der Schweiße. Ich bin tot. Ich. Platz da. Und wir grillen die, äh, die grillen einfach so, die. Oh, die töten sich aber gegenseitig, ist auch gut. Wir warten einfach. Moment, wir müssen mal springen, damit es hochgeht. Und wir müssen mal springen, Lumi. Kannst du mitspringen, Lumi? Wäre das ne Möglichkeit, damit die unter uns kommen und wir die grillen können? Das war kein Gefeind. Wir bringen hier in den Tod gesprungen. Das war echt nicht wahr. Ach komm schon. Blöde Goblin. Okay, das greift mich an. Ich komm zu euch. Nehmt mich mit. Ach komm schon. Was war das für die Aktion? Ich wollte dir helfen. Ich bin Lumi, ich helf dir. Ja. Ja, tschüss. Ich schieb dir dafür schneller wieder rüber. Oh Mann, ey. Ich hab euch mal gehört, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. So ungefähr war das auch gerade. Jetzt halt's wenigstens. Ja, nicht runterfallen lassen, bitte. Ich halt's. Ich hab's wieder gestoppt. Wir müssen da irgendwie drauf, gell? Auf das Ding. Ne, wir müssen hier hoch. Nein, da links gibt's immer noch Sachen. Können wir erst mal den blöden Goblin töten, der die ganze Zeit rumbröt... Verdammt, rumbröt. Du bist schon wieder tot. Benni, du dich noch mal töten. Nein! Tut euch noch mal töten. Ich bin schon... Achso, nö. Jetzt... Du, ich hab unten gekommen. Alles gut, ich wär hier glaub ich auch so durchgekommen. Es geht mit Timing glaub ich auch so. Aber danke. Geht halt an. Tschüss. Guck mal, Felix wollte reden, dass du dich noch mal tötest. Ah, die ist auch so mit dem Checkpoint. Warum sollen wir denn erstmal dem Checkpoint irgendwie was machen? Wir wollten helfen. Wir hatten wohl hohe Ansprüche an Männern. Was? Wir hatten helfen und Ansprüche mit dem zu tun. Bam. Hammer ins Gesicht. Könnt ihr mich jetzt wiederholen und dann holen wir dann links mal den Grab? Dann fähigstens gesagt, hier ist irgendwo ein Checkpoint, da ist noch ein Checkpoint. Da ist noch ein Checkpoint. Da ist noch ein Checkpoint. Wir waren auch schon tot. Hier links. Hübsche Glotten. Wie nett. Ein wenig Musik. Was denn? Hübsche Musik. Ne, aber die Lumi. Ich will da links diese verdammten Dinger holen. Wir bringen uns das mal irgendwie sortiert heute. Ach so, ich war dir nicht genug, Lumi. Kannst du mir denn nicht unten solche Sachen drunter legen? Das ist ja ne Todesfalle. Ich wäre sogar hier oben getroffen von dem Ding angeblich. Ja, weil du stehst auf meinem... Bei mir stehe ich auf dem, was hier steht. Ja, was oben drauf steht. Jetzt musst du irgendwie links rüber huschen. Wir bräuchten hier, glaube ich, Felix und die Gravitations... Felix könnte eigentlich die andere Seite runterziehen, dann kommen wir mit der hier nämlich hoch. Was braucht ihr? Hier auf das Ding, wo wir draufstehen haben. Die Klappenformen einfach dranschießen. Schankedön. Schankedön. So, und jetzt musst du da links... Geht das? Ich sehe es nicht. Ja. Ich hoffe, es auch zu fleitet. Das hilft mir noch nicht. Aber ich komme wieder. Doch, das links war gut. Das links war gut. Das links war gut. Das fällt Felix. Ja, warte, 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 warte. Das ist ein neuer Fall. Du kriegst doch nie und nimmer. Ne, du musst tiefer ein Stück. Aber ich werde hier gegrillt nebenbei. Oh. Oh. Ich glaube, ich habe jetzt hier alles. Oh. Heute gibt es gegrillten, Ben. Das war für uns echt ein Glückschluss von mir. Das ich da hingezielt habe. Ich glaube, wir müssen irgendwas mit den Glocken hier machen. Ja, wir müssen wahrscheinlich die Melodina spielen, die dort gespielt haben. Guck mal. Wo bitte dann... Ach. Das ist wieder Lumis. Ich klick. Ich würde einfach sagen... Genau das. Tadaaa. Boah, das war schwer. Simon Says für Arne. Hey! Das war wieder, weil Lumi was drunter legt, ne? Ich habe gar nichts gemacht. Doch, hier lag eine ganz dünne Flanke von dir auf der Felix-Stadt und ich habe sie weggeschoben, weil ich fett bin. Das ist was. Brauchst du Hilfe? Das klingt sehr traurig. Ja, wenn Lumis... Du kannst dich von unten einfach dranhängen, oder? Spring einfach vorbei und häng dich dran. Oh, ups. Wow, das ist ganz klingel. Lumi kann das übrigens nicht. Ja, Felix häng dich dran. Nicht anders an die Dinger. Felix, häng mal ein bisschen ab hier. Was? An welche Dinger? Weil ich ja gegrillt. An die Dinger kann Felix nicht dranhängen. Wenn du beiden drunter bist? Die sind nicht aus Holz. Die sind nicht aus Holz, Lumis. So wie du vorhin. So wie du vorhin, Lumis. Au, 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 au. Genau. Ich bin halt tot jetzt, ne? So ich mich... Ich hole mich mal wieder. Ja, du kannst dich wieder reinholen. Da oben ist der Checkpoint also. Ja, ich habe jetzt keine Lust zu warten. Ähm. So, komme ich jetzt hier rüber? Lumis, bring dich mal zu dem Dinger. Ohne dich zu grillen. Kannst du mal das... Ich bin hier in so eine leicht prekäre Situation. Nein! Ich stelle mich mal, Ian. Das ist safe. Ich wollte wenigstens unten noch das Ding holen, aber... Halli, Loxeli! Kannst du die Dinger nicht steuern? Wo? Nee, die will nicht, wenn ich trau... Wobei, doch, 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 doch. Es geht so durch ein Bus. Nein! Da unten ist noch was. Da unten ist noch was. Die müssen wir doch irgendwie holen. Nee, ich kann die nicht wirklich steuern. Ich hol's. Nee, ist aber egal. Wir haben genug Forschungspunkte. Ich will das jetzt haben. Ich hab's gesehen. Ich will das jetzt haben. Ich hab's gesehen. Ich will das jetzt haben. Nee, alle Forschungspunkte. Was machst du denn hier? Jetzt hast du der Wüber... Komische Sache gegeben. Eigentlich war das ganz gut. Alles gut. Perfekt. Das ist toll gemacht, Felix. Ich hab's gesehen. Muss ja irgendwie noch höher kommen. Ich dachte, das fliegt weiter runter. Wie oft soll ich denn noch an einem blöden Checkpoint beweisen? Scheissspiel, ey. Ah! Fuck! Das hier fliegt höher, ne? Was ist denn das, was am höchsten fliegt? Ich glaube, wir werden das heute nicht schaffen. Ey! Gold wird wieder ausfallen. Dieser Pessimismus da drüben, ey! Gold wird wohl wieder ausfallen. Ja, Xan! So ist das! Wir sind auf dem höchsten Level und wollen immer noch... Für mich ist ich fast schon wieder tot. Oh! Verdammt! Hab ich's jetzt verpasst? Xan mich abgelenkt! Schweinerei! What the fuck? Was passiert hier? Ich weiß, wenn die einfach mal rüber geht und... Hops! Oh, ich hab die Kugel geholt. Geil! Felix steht nämlich auf Kugeln. Hauptsache alle Murmeln haben. Deswegen will Lumi den ganzen Quatsch haben, weil sie Murmeln haben. Mh. Zum Spielen. Mh. Das ist auch schon Murmeln. Irgendwie Felix, ich glaub wir brauchen... Wir müssen zusammenarbeiten bei mir, um alles zu kriegen. Okay. Wie gesagt, ich bin hier drüben und die Dinger bewegen sich nicht. Und Lumi ist einfach abgehalten. Du kannst nicht... Moment, die Dinger bewegen sich nicht? Du bist hier drüben, du kommst doch einfach rüber oder bei mir bewegen die sich. Die Dinger bewegen sich. Das ist sehr sehr seltsam. Ich hab noch nicht ganz durchschaut wie... Ey, du springst immer über das, was über dich drüber fliegt. Ja, aber meistens fliegen die nicht genau über einen drüber und manche können... Wir können auch nicht manchmal so hoch springen wie du. Doch, wir können genau gleich hoch springen wenn du lange in der Treppe... Das hier fährt immer die gleiche Schleife. Also da wo ich grad war, das Ding ist direkt über meinen Kopf gezogen und hat mich gegrillt. Ja, und indem du es über deinen Kopf geht, musst du drauf springen. Guck mal, wo das ein Seil. Jetzt, genau. Tadaaa, dann fährst du weit nach rechts. Dann springst du wieder auf das nächste und das fährt hoch und dann kommst du zu mir. Jetzt auf deinem Zugralleist. Ja, aber bei dem... So, jetzt brauchen wir hier, glaub ich, die Schwerelosigkeitsding. Und... Ne, Schwerelosigkeit, dann schieb ich dich hier hoch, weil da oben sind noch Sachen. Musst du auf mich drauf und dann... Ne. Warte mal, das Timing war, glaub ich, grad Mist. Soll ich euch irgendwie helfen? Oder wir brauchen hier sogar was für Lumi, dass wir das höher schieben. Lumi, wir brauchen wahrscheinlich was nur Luftfliegende, wo die Schwerelosigkeit dagegen geschossen wird. Felix, kannst du das Schwerelosding da jetzt gegen Lumis Teile schießen? Damit ich dich hier höher schieben kann, sozusagen. Oder Lumi, das ist es sogar noch, hilft noch höher zu springen. Jaaa, perfekt. Kommt ihr zurück? Guck, wie findet ihr das Brett hier? Das hab ich doch toll hingebaut, oder? Aaaaaaaaaaah! Du 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 du! Das wäre eigentlich mit gegrillt wäre, aber man würde ja nicht... Hier ist safe! Ich fahr' noch ne Runde. Du kannst uns bitte einfach im nächsten Check-Pot verwalten. Lumi, stehst du auf Mummeln, die mit Fäden verbunden sind? so 4 bis 8 wenn die pass auf das oben ist und blitzen ich habe ganz seltsam im kopf ich bin mir nicht ganz sicher ob was ist mein chris nein von xan geht dann weiß ich nicht was gemeint ist schon das was du denkst glaube ich ja da haben wir da gesagt oder nicht alleine hallo sie riesen mister kann könnt könnt ihr zu stehen bleiben ich würde gerne auf sie drauf springen wäre das okay ne anscheinend nicht immer ein bisschen kuscheln mach ihn halt erst mal klar zählt doch im checkpoint zurückkehren wohl ich bin gegessen mit dem machen werden mit pisten bedrängen wir müssten wenig muss halt vorne das ding rein die nicht mit dem schwere los wo wir mit dem schwere loslegen da sind wir doch auch langsamer ja ich weiß das kann nicht in aller uhr du machst das ne ich hätte das von dir erwartet und nicht von xan mit netten schlingen dazu ja xan und chris nehmen sich glaube ich nicht viel was mummel angeht die sind gerade da voll beide dabei hab viel spaß da ist alles tuti da kannst du in aller uhr mit fein du schon ich kann doch nix machen ich ja dann neben und mach nix so ist hier oben jetzt noch irgendwas müssen wir irgendwie noch hier hoch irgendwo oh gott wir explodieren ja sachen keine ahnung sowas hätte ich von chris erwartet es ist so ein kristen ok nach links geht nicht mehr tschüss wer schießt denn hier mit kugeln da links sind noch mal kugeln die explodieren so ich steig mir da drauf ne dann irgendwie da jetzt gibt es gar nichts ne naja achso moment mal logisch dann springen wir einfach da rüber oder muss ich mal das mal hinkommen das muss doch machbar sein hier ist machbar ich ich opfer mich ich wollte mich opfern achso du bist du noch mehr bin ich da ein ok na dann und bei den hebeln mal töten ich mach der dieses ding sieht sehr sehr brutal aus der hebel kann einfach den hebel noch mal machen und dort oben vielleicht irgendwie das wenn ich den hebel bediene wenn ich ja muss er da schützen du kannst es so machen dass es verbunden ist genau jetzt kann man den hebel wahrscheinlich machen mit du musstest darüber hier du musstest auch die plattform bewegen dass die auf den tesla ding geht auf diese komische spule muss die plattform drüber auf die spule bewegen dann kann ich hier hochfahren da ist übrigens rechts noch mal strom wir können nicht ins wasser ja ich habe gemerkt da links oben sind auch noch ganz viel besuchen heißt hier war auch alles wo kann und kugeln kugeln bringt mich bei jeder wieder kugeln sind nur noch zum davor bis ihr das mal gerafft dass ich weg bin dann kommst du sagen dass so geht das ja wir müssen wieder den blitz da rechts wieder blockieren bevor wir irgendwie da rein können dann erstmal hier oben jetzt die sachen holen wenn du da irgendwie kannst du doch sagen drauf guck mal dann kann das ding ja auch schwingen also auf den linken felix hau rein schwingen das ding wo fliege ich denn jetzt hin keine ahnung ich schwinge hier also irgendwie sind wir noch ganz viel über uns ich glaube du kannst es komplett rumdrehen einmal um den arm ja aber irgendwie nicht so leicht ja hier wird gleich gegrillt es ist jetzt ist jetzt abgeleitet mit jawohl bin guter mit fahrer vielleicht musst du runter gehen und dann schwingen und dann mitten draufsteigen wenn es genug schwung hat keine ahnung jetzt die kamera weg wir mussten schon da wo ich musste hinstellen dann geht das werden kann man jetzt ganz nicht drehen wenigstens hilft ja wobei das schnell wird nicht funktioniert ich dachte ich kann mich unten ranhängen aber das ding ist nicht das holz glaube ich ich könnte mich vor uns ranhängen da geht das jetzt dumme weißt du wie in holzer halt und funktioniert du willst den ganz oben hin machen dass es gerade so rot zur seite fällt und dann hat den meisten schwung tschüss felix schön schön stöhnen komm herz muss nicht los ich will es doch da links oben hin haben ja du machst einfach so das geht auch wenn einfach felix da draußen warte hat felix jetzt alles nein ich hab noch nie alles ist da noch da ist noch was ja ja wenn es unten rum schnell wird ja was wollt ihr denn ich mein chat ist heute irgendwie der stellt komische fragen ja mein chat ist heute auch sehr aber mein chat ist ja auch dein chat so und jetzt noch mal zur anderen seite weil hier mittig ist nämlich noch was wenn ich die sachen unten holen perfekt perfekt mach weiter lumi wir holen hier sachen eh äh felix ich glaube irgendwie hier brauchen wir vielleicht das da unten ist ja das aber ich kann es nicht rüber machen weil da kann ich mit pfeilen das was willst du felix von mir du hast gerade gesagt dass da drüben wegen meinen pfeilen und da habe ich gesagt ja im Wasser kann ich halt keine pfeile wirklich abschießen moment warum kannst du das ja rumschieben jetzt ja so das dürfte nicht berühren gell na wir dürfen dein Ding nicht berühren ja ne mein Ding dürfte nicht berühren ne dann kannst du das du kannst tanzen das wenn du da drauf kommst ich kann immer nur eine Grenze benutzen ich glaube du kommst natürlich auch genug für mein Schild das ist aber erscheuert ey wir brauchen irgendwas haben wir noch nicht verstanden hier das Fass müsst ihr rüberschieben oder ich muss es rüberschieben das Fass kann man nicht schieben das ist verankert im Boden ach so also du kannst wenn ich hier draufstehe von mir aus gerne versuchen dann geht es nicht zu schieben ne ich geh mal aus dem Wasser raus und dann kannst du mal versuchen zu schieben ja ja versuch es zu schieben gerne aber das ist unten verankert ja ich wollte normalen Pfeilen wie tief ist denn das Wasser kann ich hier was bauen ich kann doch hier was bauen es ist nicht allzu tief tatsächlich du kannst wahrscheinlich was bauen ja ach guck mal komm oder ja da rechts wenn du da jetzt was hinmachst jetzt gehts Wunderkugeln steinharder Zucker mit Aroma und Farbstahl mit der Kaugummi was was hinmach das ist doch der ganz normale Kaugummi ja Ben was ist los mit mir ich war grad kurz beschäftigt rechts was ist mit rechts ich bin links ja ok ist egal ich gehe links sonst kommst du jetzt mal wieder hoch zu mir ja ich bin da ja